Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Freitags-Nachmittags-Stream weiterhin mit Stardew Valley. Jetzt haben wir Winter. Ja, und du musst deine Gießkanne aufhärten. Ja, ich muss meine Gießkanne aufhärten. Aber erst mal musst du ein bisschen gießen. Ich muss ein gießen und Dinge tun und Sachen machen und überhaupt und so weiter, ne? Bis du dann darfst. So, halt. Ja, es ist aber auch immer so schwer. Ja, ne. Da, guck mal. Für dein wunderschöner sonniger Tag. Außerdem haben wir Post. Also ich habe Post. Hey Sascha, wollte dich mit einem neuen Artikel formieren, den ich anbiete. Es wäre die Holzhackmaschine bezeichnet. Du kannst damit Hartholz in mehrere Stücke normales Holzes zerkleidern. Ich weiß, dass Holz im Winter schwer zu bekommen sein kann. Also, wenn dein Vorrat knapp wird, überleg dir einen anzuschaffen. Robin. Okay. Äh. Na? Ich schätze, die Leute waren nicht so begeistert von Pierspringer Produkten, wie ich gehofft hatte. Wie auch immer, hier ist mein alter Mini-Versandbehälter. Das nächste Mal, wenn du einige Bedruckte in der Hände bekommst, die die Luxusmarke Piersprima würdig sind, könntest du sie mir vielleicht in meine Richtung schicken lassen. Okay. Entschuldigung. Lass dich so. Äh, ich habe es nicht ver... Ja, jetzt haben wir noch einen Mini. Ach, für extra Pierre oder was? Ja, für Pierre. Was er dann irgendwie damit anfängt oder so. Vielleicht gibt es dann da auch mehr Geld für. Aber das muss dann hohe Qualität sein oder sowas. Keine Ahnung. Äh, außerdem haben wir von Caroline wieder einen Blumenkohl bekommen. Sag mal! Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Okay. Ein Tintenfisch. So. Und? Gibt es was zu gießen? Ja, im... Im... Im Dings. Und so. Im Gewächshaus. Mhm. Okay. Ja, Weiterungen für den Kuhstall haben wir jetzt noch nicht gemacht, ne? Weil wir noch nicht die 12.000 zusammen hatten. Nee, ich glaube nicht. So. Okay. Also hier. Achso. Weil wir hatten zuerst den Pferdestall gemacht. Ja. Gut. 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 Guck mal. Pfiff. Die ersten Kaktus-Früchte sind... Jeho! Existent. Ja, okay. Ja, wir haben ein schwarzes Ei. Und das lässt sich jetzt auch ausbrücken. Ja, mach du nur. Ja, ein schwarzes Ei. Gibt's ein schwarzes Huhn. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. So, an sich. Dunkelhuhn. Oder wie hängen die? Wir hatten die nicht einen Schattenhuhn. Schattenhuhn, haben wir dann. Habe ich mal auf den Dings gekommen bin? Den hätten wir auf jeden Fall auf. Du hast deine neue Gießkanne noch nicht abgerollt, ne? Ne, weil sie ja auch noch nicht fertig ist. Okay, ja. Verdammt, jetzt kann ich bei Mani nicht gucken, weil irgendwie... Da haben wir ein bisschen wenig Stein. Ich gehe ich in die Mine und dann... Also ich meine jetzt auch vom Holz her. Ich habe da auch... Wir hatten da auch 999, ne? Wir haben noch 600 irgendwas Stein. Bei 450... Holz braucht man für den Kuhstall. Und 200 Stein. Ich weiß nicht, ob wir da schon... Ich kann halt auch jetzt nicht bei Mani vorbei. Weil die beim Aerobic ist. Beim Aerobic ist. Beim Aerobic ist. Okay. Ähm... Aerobic. Ähm... Ja! Ah! Du mal... Tick da rein. Schneesüßkartoffeln! Und ähm... Danke. Ah! Eine Wintersüßkartoffel! Das ist natürlich sehr gut. Ich schmier auf. Da... Da... Da-di-da! Ah! Oh, wo ganz anders. Ach, was ist denn? Ja, wo bist du schon wieder? Das heißt... Wir kriegen die Brücke... Zum Steinbruch. Doch, warte mal. Ich... Tu mal den... Wintersaat. 30 Stück. So... Was macht das jetzt? Ah, das ist ein kleiner. Ah! Sehr schön. Ich rede mit dir. Ja, ich versuche halt hier gleichzeitig auch was anders zu machen. Ich reichst du denn immer so... Ich zitiere mich selber. Man glaubt... Du wärst... Taub. Schwerhörig. Nicht so gut, wenn du die Komfortraten hast. Bei mir tut's hier oben weh und bei dir tut's die Ohren. Ach, dem... Sag mal... Sag ich mal ausprobieren, was damit... Abschirmen? Ja, ich denk mal, man verkauft die irgendwie. Die Sachen dann... Direkt an Pierre. Okay. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja. Hatten wir irgendwie ne Ausgabe? Oh, saftige Käfer. Wie viele? Ja, ja. 100? 100, okay. Wundern. Wundern. Also doch in die Mine. Und warum fahr ich nicht... Und warum hab ich das Pferd nicht? Das... Das sind... Jetzt... Mal mindestens... 50.000... Fragen. So, wo... Kriegen wir das am ehesten her? In den... ersten paar, glaub ich. Mitten... Oh, ne. Oh, man. Hast du deine... Dings nicht dabei? Also ich könnte jetzt... echt knallhart... irgendwo hinreihern. Ja, super. Kein Käferhalsch. Ja, super. Kein Käferhalsch. Ja, super. Oh, nein. Du darfst auch da feiernhaun. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, nochmal. Neuer, pass auf. Der Stein ist immer noch da, weißt? Es ist richtig greif. Ja, ne? Ja, genau. Ach so, da ist ja die... Da war ja die Lighter schon. So, da war ja die Lighter? Ne, okay. Ich kann mit der Waffe, kann ich diese komischen, die hin- und her-Flieger-Viecher, die man eigentlich irgendwie nicht kaputt machen kann oder konnte. Ja, nein. Es sind ja auch noch die schlechten Käfer, die da rumfliegen. Ach so. Es gibt ja auch dann welche, die sind gepanzert und die kriegt man nicht. Entschuldigung, dass ich dir deine... Ja, jetzt habe ich gedacht, das ist toll oder so. Ja. Ne, ist es nicht. Ah, guck mal, eine geheimene Notiz habe ich jetzt gefunden. Ja. 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 Das war's für heute. Die Male kann ich jetzt nicht töten, weil die... Ah doch, jetzt hat sie sich entschieden, nicht mehr auf der Leite zu stehen. Die Wollte halt runter. Ah, kommt hier nur. Ah, kommen noch mehr? Na? Noch eine geheimen Notiz. Ah, okay. Und dann weiß ich was. Eine Cheats von Maru. Teile, die ich an meine große Erfindung noch brauche. Goldwaren, Iridiumwaren, Batterie, Diamant, Erdbeeren. Erdbeeren. Okay. Meerjungfrau-Show 1, 5, 4, 2, 3. Müssen wir uns merken. Ah. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Ah, okay. Ah, und das ist... Irgendwie... Da, wo man um 4 vor 1, äh, oder 20 vor 1 nachts, ähm, die Leute, ähm, die Maru und den Bürgermeister treffen kann. In welchem, in welchem Gebüsch sie sich so treffen. Äh, das... Die Roten behalten nur. Der Käse kommt weg. Äh... Holz... Stein... Ich habe Kohle... Das... Die Rot behalten, ich stehe von mit... Ja... Okay. Ah, ich habe das historische Saatgut. Oh. Nein, ich möchte den Schleim nicht... Mit ins Bett nehmen, meinst du? Ich weiß ja nicht, auf was du so nachts stehst und so. Ah, jetzt ist der... Ja, das habe ich dir auch gesagt, aber... Ja, die... Die Reparatur von der... Ja, flirten gegangen. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Dafür habe ich Bienenarbeit auf Stufe 7. Oh, schön. Kann ich eine Sch... Oh, und eine Schleimeierpresse kann ich bauen. Und Knoblauchöl. Okay. Das ist Wintersaat, hast du gesagt, ne? Willst du mich... Nein. Nein. Würdest du nie tun, ne? Können gehen, der sausten ist. Ja, Wiederholung. Kohlsalat, den kann ich schon. Jetzt muss ich erstmal die Katje hier mal aussortieren. Ich mach jetzt einfach mal... Haki Haki. Ja, dann ist er zumindest schon mal besser erledigt. Nein, ich will jetzt nicht gießen. Ach, den See-Ide möchte ich nicht gießen. Hm. Ah. Ah. Oh, ob da noch irgendwie was rumliegt. Da ist nix... Ah doch. Da ist nix. Da war da alles. Zwei Berlin-Spurger. Da ist nix. Da ist nix. Oh, da ist nix. Ah. Da ist nix. Ah. Hä? Was war das jetzt? So, so. Das sah jetzt schon schwer danach aus, als hättest du mir einen Entbau gegrabscht. Ja. Ganz genau. Ja. Der kann weg, die kann weg, die kann weg. Der Reisspross. Moment, kann man mal aufheben? Was? Willst du noch eine Geode haben? Hier sind sieben Stück noch drin. Mhm. Nehme ich dann mit. Äh, da. Ich werde jetzt mal zu Marni gehen und mal gucken, was jetzt... Können wir den jetzt vergrößert haben? Aber ich glaub fast nicht, ne? Ich glaub's auch nicht. Ich hab noch ein Buch gefunden. Aber was ich machen könnte, ich könnte ja auch zuerst zu Robin und gucken, was wir... Einer. Aha. Was ist das, Jaspis? Ding. Ui. Kupfer. Noch ein Kupfer. Steine. Hm? Sandstein. Versteinerter Schleim. Alamit. Kanzit. Kalbstein. Ein Jamboritt. Ein Jamboritt. Ah! Wir können uns tatsächlich ne Ziege kaufen. Ah, weil wir schon den, die... Weil sie will jetzt 25.000. Und ich kann keinen anderen. Also es ist der Luxus. Ja, dann... Das heißt, wir sparen jetzt auf die 25.000. Mhm. Aber ich hol vorher trotzdem die Ziege. Weil Ziegenmilch ist ja auch. Ja. Ah ja, klar. Oder was meinst du? Ja, ja, natürlich. So, was ist die Belohnung? Boah, ein Kristallstuhl. Wow. Von den Dings haben wir... Es sieht so aus, als hätte ich... Als hätte ich nichts... Okay. Dann haben wir den Jamboritt schon gehabt. Ähm... Haha! Könnte ich mir hier überlegen. Steinbruch. Ja, guck mal. Und das ist hier Rhyllium. Die Steine da mit dieser. Ja. Aber ich glaube, die kann ich noch nicht. Was? Doch. Ah! Okay. Natürlich kannst du die. Die kannst du auch mit der ganz normalen. Mit der normalen? Es dauert halt nur länger. Es dauert halt nur länger. Die großen. Ah. Okay. Oder du weißt, wo die... Wo man dann sagt, ey... Mhm. Du brauchst ne viel bessere. Oh, das ist schon mal gar nicht... gar nicht so schlecht. Ja. Deswegen haben wir schon... Oh, eine prismatische Scherbe. Cool. Die kann man auch aufgeben. Hm? Ja. Achso, ich muss dann noch den Dings gießen, ne? Das, was du jetzt frisch gepflanzt hast. Ich dachte, das wär schon gewonnen. Nee, das ist... Ich hab nur das... Äh... Sozusagen den Boden... Gehakt. So, was haben wir da hinten? Haben wir noch Eisen? Ah. kann. Gehe ich mal in diese Hüttel hier. Ah, Totenschädel. Okay, die Schleimer halten schon ein bisschen mehr aus. Ja, aber ich gehe hier wieder raus. Das ist... Ähm... Ah ja, genau. Ich wollte jetzt mal gucken, wieviel... Fang ein Tintfisch. Ne, das ist... Moment... Ah, die müssen wir dann auch... Ah, sammle ein Haftkäferfleisch. 49 Käferfleisch haben wir schon. Und... 100 müssen wir auch abgeben. Ja, das wird ja jetzt nicht so scheuerbar. Ja. Ähm, dann... Ich könnte ja direkt so wie die... schon mal meine 26, die ich im... Ding habe. Einfach bei ihm in die Kiste schmeißen. Wo ich nämlich nachher aus Versehen in die florreiche Idee komme. Ah! Eine... Aha, gut, okay. Da ist eine Nautilusmuschel. Die kann man auch sammeln jetzt im Winter. Falls... von unseren Fischen... Irgendwann... Brauchten wir nicht sowieso eine für... Ähm... Ich weiß nicht. Du müsstest so bei Feldforschung, glaube ich, gucken. Ich guck dann gleich schon mal. Immer noch keinen Platz. Kann man übrigens... Ah, ich könnte die vielleicht mal lesen. Meine Vorstellung als perfekten Essens wäre Salat, Ziegenkäse, Trüffel und Wein. Schon abtisch bräuchte ich einen Mohnmuffin. Lecker! Wenn mir das jemand geben würde, wäre ich hin und weg. Also... Das ist also Leas... Vorstellung von Essen. Kein Platz... Kein Platz... Okay. Haley und Emily. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Wir haben euch eure Lieblingssachen geschickt. Pinke Torte und Sonnenkluben für Haley. Ähm... Von Edelsteine und Wolle für den Emily. Ähm... Da weiß... Weiß man dann auch... Mit... Was man die so bezürzen kann. Hmhm... Da abunter möchte ich die prismatische Scherbe auch noch haben. Aber jetzt gehen wir erst mal da rein. Ähm... Das ist immer noch der Granatapfel. Brauch'n noch Trüffel. Und sonst haben wir aber alles, ne? Dann hab ich die auch bei der... Hast du dir wahrscheinlich mal gekauft und... Mhm. Gegingst. Okay. Ja, dann mach dir nix. Dann heben wir die auf. Das ist ja... Kein... Problem. Nein. Und wie sich mal zurück hier... Was ist denn? Ach, er hat schon wieder in die falsche Richtung gedroßen. Weil das ja immer so ist. Zwei noch. Ja. Hmhm... Ich hab mich nur überrascht. Ähm... Also... Das da... Das da... Oh! Das ist gut. Können wir die ersten Iridium-Bachen bauen? Bam 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 bam! Stein... Lehm. Okay. Was ist auch hier? Hier... Was ist? Was? Da hinten. Wieder rein. Okay. Oh, okay. Okay. Sehr gut. Sevent. Hm! Ah! das Stahl kurzschwert toll die haben keine Gerne also Käfer nicht hier draußen zu nehmen ah doch es ist ja schon fast 1 Uhr nachts dann gehen wir mal ins Bett auch ich hatte ja doch Steine naja ja das macht schon nix kann's ja morgen in die Kiste schmeißen so Kling Tag 4 muss jetzt doch glaube ich mal bei Kling vorbei und fragen weil irgendwie entweder habe ich die Meldung übersehen das kann natürlich sein ja bau t k es quietscht wieder überall So, ah, nice Eintauchen Ah, der eine Baum ist schon ein bisschen größer geworden Und die anderen auch, glaube ich, ja Warst du schon in der Höhle? Äh, ja, da war aber nichts drin Willst du in den geheimnisvollen Wald? Also, ich habe die Axt extra So, kann ich machen Jetzt da in diese Kiste reingeräumt Willst du dann die Scherbe für Gunther mitnehmen? Achso, du bist in der Entschuldigung Ne, 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 mach du dein Kram Du kannst das ja irgendwie kombinieren Ja, ja Du gehst dann am besten zuerst zu Clint Wollt ja eigentlich auch zu Clint, aber jetzt Jetzt bist du in der Weil wir wollen ja auch irgendwie dieses Käferfleisch zusammenkriegen Ja, ja Nicht so wie das letzte Mal In welche Kiste hast du denn? Wahrscheinlich die rote, ne? Ja, da ist deine Startlachst Na, gucken wir doch einfach mal Lass mal so finden Lass mal so finden Nein Kralalalalala Ah, ich wollte sammeln Schalala Entschuldigung Meine Winterskartoffel Süßkartoffel Winterrübe Fing jetzt los Oh, Steine Geht Ah Ich habe keine Notizen Oh, ein Totem für die Bar behö Ich hab zu viel in meinem Inventar geblättert, dann war ich im Endeffekt doch wieder da, wo ich angefangen hab. Oh, sonst haben wir hier einfach nur noch... Ja. Kleinkommen. Dann nehmen wir da unten den Kokus mit. Oh Gott. Was seufzt du so? Hm? Gar nichts. Gar nichts? Du seufzt einfach ohne Grund. Ja. Tja. Und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Oh, ich hab ja auch noch eine Geheimnotiz. Okay. Das ist Pennys Schrift. So. Schreib ich jetzt noch? Wo bist du? 23. Ich mach 30. Upsala. Ah, okay. Ich glaub. Okay. 30 sind keine Käfer mehr unterwegs. Wie viel haben wir denn schon? Oh, 85. Oh. Das ist... Die 26 sind die... Oh, das ist aber praktisch. 86. 87. 88. Ja. Ah, da hinten ist... Ja. Aha. Nein! Mein Inventar ist voll. Ah. Ah, ich hab doch hier Müll mit Zeitung. Kann ich doch Käferfleisch mitnehmen dafür. Kann ich doch Käferfleisch mitnehmen dafür. Ja. Ah. Und die... Geheime Notiz könnte ich auch gleich noch lesen. Ah. Aha. Da geht's was auszubuddeln. Gut. 89, glaub ich? Dann noch eine Geheime Notiz. Ups. 90. 91, oder? Ja. Ja, weil ich eins gefunden habe. Das ist eine Seite Epigales Tagebuch. Dinge, die ich liebe. Den Duft von geschnitzten Kürbissen, eine Amethysten unter meinem Kopfkissen zu haben, Schokoladenkuchen, die Herausforderung des würzigen Ahls und die Brombeerpastese meiner Mutter. Ich esse gleich. Ja. Ja dann. Ha! 92, 394, 95? 96? Ja, weiß ich. Ja, weiß ich nicht. Na? Aufbruch. 96 sind's. Kenntargen, die neue Brombeerkumperien zänengOOD subtle. volcan. Gvs in r Wednesday. Entsglochen. Aufbruch. Droh! Thanks. Nach comprar. Aufren API! Gad ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABBBimmerBORM gemachtInnen. du hast keine energie ne? na und? du schlagst ja nur du auch nicht ich auch nicht aber ich gehe jetzt raus und dann könnte ich da irgendwas davon essen 100? haben wir ja bis sofort sehr schön ist es begeistert ja das werde die runde voll haben ich habe gerade eine rehistorische handaxt gefunden wo ist die haltestelle? so stein hartholz normales habe ich nicht da bist du ja wohl gerade dran die werden wir auf jeden fall aufheben ja fünf stück noch ja so soll ich dir mein eigenes kieferfleisch geben? dann kannst du es ja in die blauen grau ja entschuldigung also soll ich da eigentlich mal meine axt oder deine axt da rein tun? klub 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 ah schlafi schlafi jetzt kannst du auch den kühlstein ring kombinieren und was war das andere das war irgendwie auch ein ring fürs kampf ich hab den habe ich auch als rezept müsste ich ja eigentlich er meint immer irgendwo anders hin gießen zu müssen als ich das haben will er hat halt schließlich seinen eigenen kopf wir sind drei und also das müsste reichen wie viel muss ich mitnehmen 26 von 100 ist er nur noch 74 wenn man das mal sehen würde ich habe gemeint ich muss jetzt irgendwie an der vogelsteuer hängen bleiben und immer nur die kleinen sachen genervt zum beispiel dass ich die tür gieße hier 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 und es hier kann gar und mich iridium kirchsetzing sand fisch ich hau dir aus maul irgendwann bist du dran ich sag das jedes mal aber irgendwann so das ist auch gerade fertig hast du noch geirrt was die oder dann gehe ich mal zu eine akte vorne drehen bräuchte ich habe ich mich geirrt da sind wir immer so herr klingt mehr kohle in den verstandeten schleim mehr leben noch mehr stein 3000 3000 arme ist es reicht die aus nächste ausbaustufe mit den großen es sieht wirklich so aus von hinten sieht es echt aus als hättest du segelohren hinterwurzel hinterwurzel so Da... Oh ja, sonst noch irgendwie was... Jo, okay. Hm? Ja? Oh mein... muss das jetzt sein, Maro? Meine Fresse... Sie ist doch, dass ich hier keine Zeit hab. Ja! Bauen! Gunther will das Donner-Ei haben. Wie kriegst du das Donner-Ei? Von einem Luxus-Stall beantragt? Ja, halt mich nicht auf, tschüss. Ah, weiß ich doch, was ich hier auch noch mache. Mann, jetzt die lahme Arsch, die hab ich schon mal eingeholt. Ah, das müsste eigentlich noch... Ah, okay. So, Clint! Ah! Kling! Müsste doch da oben sein. Nach der... Nach der... Notiz. Genau! Merkwürdige Puppe! Und die haben wir schon abgegeben. Ah, nee, das ist ja die... Irgendwie... Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das, ähm... Was die geheime Notiz... Erzählt hat. Geh ich mal beim... Gemeinschaftsregeln vorbei. Ach, guck mal, da sitzt ja jemand auf der Bank. Ja, Maro, die mir im Weg war. Ja, irgendwie... Ganz hinten... Hinterm Ding... Da rumklicken. Ja, Steinjutsch... Jutsch... 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 Ja, ich guck mal, dass ich Tintenfisch wollte haben, ne? Ja, aber der ist nur nachts, ne? Ja, ab... 20 Uhr wahrscheinlich. Ab 20 Uhr. Aber ich wollte jetzt schon mal... Du wolltest schon mal anfangen. Und Dinge... Ah, hey, ich hab die Sachen, die Köder für... Dings... Abgegeben für... Willi... Dann jetzt noch den Luxus... Dann in Auftrag gegeben. Im... Zauberhaften Wald, oder geheimnisvollen Wald. Ja. Hartholz, die... Die fahrende Händlerin vermöbelt. Und meine Gießkanne abgeholt. Also, ich muss sagen... Ja, das war doch schon mal ein sehr erfolgreicher Tag. Hätte ich ohne Pferd, hätte man das nicht geschafft. Das ist jetzt wieder nicht gereicht. Weil erst mal am Strand wieder hoch... Ja. Dann irgendwie mit der Lore... Dann irgendwie so kreuz und quer... Dann hätte irgendwas nicht... Wollen wir dann Reisen... Ich... Tu mal Reisen... Waren... Machen... Äh... Die Kopische... Gruppe... Tue ich... Äh... Hier mit rein? Ja. Mhm. Und den Unimo... Ah, ich weiß, wo ich den... Hat er irgendwo... Ich weiß, wo ich den... Ich weiß, wo ich den Unimo hinstelle. Na? 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 Ja. Na Katze? Da liegt sie halb im... Im Fluss. Also der Trüffel fehlt jetzt noch. Jetzt fehlt der Trüffel noch, ja. Ich denke mal, ein Schwein reicht trotzdem. Ja, denke ich auch. Und ne Ziege und ein Schaf. Und dann... Brauchen wir nicht noch mehr. Ja. Aber ich denke mal, zuerst ist wichtig, dass wir das... Das Schwein mal... Dann kaufen. Mhm. Aber das müssen wir ja jetzt erst mal warten. Bis der... Ja... Komm mal! Ja. 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 Da ist den einen... Fisch nicht gefangen. Weil der... Umgezickt hat. Und jetzt... Kommt nur Tang. Ja. Und was machst du so? Wow. Nächste Idee. Angeln. Angeln. Du also auch. Dumpelstück. Ich spring gleich ins Wasser. Wenn du nicht vernimmst. Wenn du nicht vernimmst. Du willst auch jetzt an Land kommen. Ja. Den ersten. Weil du brauchst ja auch einen. Ich brauch auch einen, ja. Das ist keiner. Das ist keiner, ne. Das ist der Weiße. Okay. Der Weiße. Der Weiße. Der Weiße. Das könnte einer sein, den du hast. Ne. Achso. Er zappelt zu wenig rum. Wir haben eine letzte Runde. Für mich. Ja. Damit ich noch... Wobei mit dem Pferd ist das ja... Das könnte einer sein. Wobei das könnte auch der... Nach dem Tuten sein. Okay. Einmal. Es wird spät. Dann halt nicht. Hauptsache schon mal einen. Oh. Willi. Warte. Dann hätte ich schon mal meinen. Dann brauch ich nur noch. Ja. Dann brauchen wir nur noch einen. Nein. Außerdem tut ja die Zeit dafür nicht ablaufen. Ja. Nur wir sollten es im Winter schaffen. Ja. Weißt du? Ja. Du hast ja nicht... Ach man, ich häng mit meinen Siegelohren in dem Buschfest, Mann. Okay. Schluss für heute. Juhu. Juhu. Mehr schaffe ich nicht. Warte. Na. 800 gold kriegt man aufhören wenn ihr die schattenhafte figur das ist das wo ich den ich habe ja das nur gesehen und wir können jetzt ein fass herstellen ja ich auch stimmt aber es ist schön dass du jetzt auch jetzt kann ich also weiß ich noch so zwei oder so was 6.000 also knapp 6.000 knapp 6.000 amstag hat gleich gut anleiten morgen wird es schneiden post ich habe eine etwas ungerinnert könntest du sie geheimnis ich will dass du emily einen amethyst vorbeibringt es ist ihr lieblingschein sagt ihr dass es von mir klingt und ich habe die fischsuppe das rezept von willi gekriegt ich muss ich muss also auch den auftrag abschließen nein die puppe wollte ich jetzt nicht dann kannst du ja deine wir haben aber nicht zu viele tiere wieso alles schatten noch nicht geschlüpft ist das hast du ja auch erst irgendwie vor zwei und wir haben ja schon die dritte also zwölf tiere passen hier rein also sollte das kein problem sein dann geht es mal schnell ins gewächshaus du meintest dann soll ich meine gießkanne dem klingt geben kaffee ich habe kaffee gefunden ja die bäume brauchen halt ein bisschen das macht ja aber nichts das ist ja dafür haben sie dann alle paar tage oder so was haben sie dann die früchte drauf ja und wenn wir das gemeinschaftskandeln jetzt nett voll kriegen in diesem jahr dann aber relativ bald wahrscheinlich dann im nächsten also ich wollte das eigentlich kein problem sein so dann brauche ich auf jeden fall noch einen eisenbahnen dafür kann ich die hier da lassen schon cool dass wir die zwei stelle jetzt in dem ersten jahr schon ja voll ausgebaut kriegen ja ja das ist super also wir haben da echt gut angefangen glaube ich gut funktioniert ja oder es hat es hat an sich auch mit manchen sachen schneller funktioniert als er das schon mal irgendwie weiß ja ich glaube es hat halt tatsächlich viel damit zu tun dass wir wissen was ist zart die geld bringt also was sind die früchte oder das was ertrag bringt was man gut verkaufen kann auch so sachen dann zu sagen okay wir wissen das brauchen wir später mal lass mal das lieber aufheben anstatt es zu verkaufen so werkzeug verbessern stahl gießkanne oh ein apfel oh noch ein apfel es drückt mir die daumen dass der gold ist nein es ist nur ein normaler apfel ein normaler apfel ich finde das doof dass man dann die drei dass dann nicht alles abgeben kann naja gut ich denke wir kriegen die auch noch zusammen so also meine gießkanne ist in der mache außerdem hole ich jetzt gerade so eine halbe tonne stein ja du fährst in die ja zumindest mal in die oase oder wüste um vielleicht kaktus früchte für mich mein zusammen ja ich habe die auch welche schon in eine von den kisten getan wo früchte und mein schlüssel vielleicht mal den schlüssel benutzen ich habe nichts zu essen dabei ich glaube das ist keine das ja es könnte ein tick herausfordernd sein wenn du ohne energie und gesundheits auflademöglichkeiten in die schädelhöhe gehst ja ich habe jetzt ein tuch gefunden ja ich war noch nie hier der kaffee macht nur schneller nicht nicht mehr energie Kaktusfrucht, das sollte reichen, dass man die restlichen Bäume hier auch gefällt, gefällt bekommen. Das war das Wort. Gefällt, nicht gefällt. Oh, hatten wir zwischendrin wieder einen Ausgang. Warum? Ja, weil, äh, mein Streammanager mal hier sagt, dass wir, äh, erst eine Viertelstunde online sind. Hab ich gar nicht gemerkt. Sind wir denn noch da? Ja, ja, da sind wir wieder deswegen, aber es... Okay. Ich hab das nicht... Also es, ähm... Na gut, ich mach's ja eh von der... Ah, der komplette Stream findet man ja auf YouTube. Genau. Also, für die... Ja. ...die jetzt live dann... ...oder auf Twitch das jetzt gucken, oder... Ja, eben, genau. Der Teil ist da nicht mehr dran. Der ist nicht... Der ist... Das, was sozusagen verloren gegangen ist... Je nachdem... ...gelang offline. Hä? Sie lieben es. Seht, wie sie abgehen. Ich hab gerade an dich gedacht, Bursche. Ich hab gerade an dich gedacht, Fräulein. Könntest du deine Sätze nicht wiederholen und mich gleich Fräulein nennen? Bursche Willi Schwast? Nee. Er heißt mit Nachnamen Schwast. Das hab ich doch das letzte Mal festgelegt. Ach so. Dieses Gehverfleisch dazu gefunden. Ah, es geht um das. Um die ganzen Töder. Ist perfekt. Hey, als ich Frisch sagte, hab ich nicht erwartet, dass es noch zappelt. Aber ich beschwär mich nicht. Die Fische lieben es. Hehe. Das ist ja schön, warum... Als Dankeschön wollte ich dir ein altes Fischergeheimnis verraten. Mein alter Papi hat mir das vor vielen Jahren auf einem Angelausflug beigebracht. Hörschelung von Qualitätsfischköder gelernt. Mhm, okay. Mit diesem Fischköder werden Fische von höherer Qualität angelockt. Das bedeutet mehr Geld in einer Tasche, Fräulein. Okay. Na gut. Hab einen. Toll. Aber mal da sein Hintertürchen will er noch nicht zeigen, ne? Ich glaub, das dauert noch einen Moment. So! Wie stehen wir denn witzig... Oh, drei Herzchen habe ich schon mit Willi. Also... Da geht noch was. Also ich mein... So. Deiner heißt nicht mit Namen Willi. Also Spaß. Willi, Willi. Und was brauche ich für... Das ist jetzt... Der müsste eigentlich dann weiter hinten sein. Willi. Ah, warte, hier. Qualitätsbobber heißt es. Ja gut, das ist halt... ja auch Köder im Grunde genommen. Ja. Genau. Ich denke mal, das ist der Qualitäts... Ja. Weil da in dem Namen Qualitätsdingen steckt, ne? Ja. Ja. Ach ja. Ja. Ja, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Fisch. Ja. Ja. Das könnte... Na nein. ja es könnte könnte sein ja 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 eine fresse ich werde das nicht zulassen das geht mir so tierisch auf den keks ja ich bin langsam erschöpft das ist dann der letzte also vielleicht unter umständen auch noch mal machen könnten wäre ein teich noch ein teich weil dann könnten wir den finden für tinte dann und so weiter ich glaube die brauchen nämlich auch irgendwie zwischendurch also für was zum kochen oder für zum herstellen ich weiß ja für irgendwas für das schreibgerät für dieses ding dieses hof diesen hofrechner kann ich nochmal in die höhle gehen zum Da war ich doch. Achso, du warst? Da war ich doch. Achso, wegen dem Apfel. Du hast denn einen Apfel gefunden, genau. Ich kann ja mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Peter. Hallo! Hallo! Lümmchen. Ein rostiger Dorn. Oder nicht Sporn. Nicht Dorn. Ein rostiger Dorn. Okay, sonst liegt hier nix rum. Keine Würmer, die rumkrabbeln. Aber dann kann der Sporn in die Kiste. Und... Aber was das mit der kleinen Kiste auf sich hat? Das habe ich jetzt noch nicht. Ah, Emily muss am nächsten Tag, muss ich dran denken, mit dem Emily... Mit dem Emily zu reden. Mit dem Emily Amethystendingensbumsauftrag. Und der einen tust du mir in die Kiste. Dankeschön. Er kommt hier rein. Okay. Damit ich weiß, wo ich ihn zu finden habe. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich die anderen habe ich verkauft. Da... Eine... Irgendwie... War ein... Irgendwo lag, weil ich mich... Egal. Boah... 4000... Dann wir am Sonntag. König in der Soßen! Plumpuding! Plumpuding! Plumpudu! Morgen! Hallo, ha? So, dein erstes Jahr im Stand ist fast vorbei. Weil jetzt da... Der Dings wahrscheinlich... Äh... Hm? Wenn du weiter bei deinem Saat... Bei mir Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neudigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann alles. Schönen Tag noch! Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Der Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Ja, dann... Was? Und wieso muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Dann guck ich... Dann guck ich halt... Ja, ein Wetterbericht. HAAAAAAH! Ich glaube, es ist gerade... Entschuldigung, wenn nicht... Fest des Eises! Zwischen... Neun und Dings. Ja, das ist ja. Ah, das ist ja. Morgen versammeln wir uns... Ach, ich schwör. Morgen versammeln wir uns im Anius Haus für ein Fest des Eises. Wir möchten den nur den Winter genießen. Es wird Schneemänner Eiskulturen ein Wettbewerb im Eis fischen geben. Kommt zwischen neun und vierzehn Uhr vorbei. Ja, werden wir auch. Ja, dann werden wir das mal tun. Achso, ich hab keine Gießkanne. Ja, das kann ich ja dann machen. Gut. Oder so. Ja, ist ja gut. Ah, perfekt! Der Stall ist schon fertig. Der kann. Ach, ich glaub nur am Haus. Das dauert Tage. Irgendwie drei Tage. Maximal. Das kann sein, ja. Das... Da bin ich... Du hast überfragt, wenn du so schön sagst. Nein, ich möchte das Ei nicht essen. Aber Eier sind doch so lecker. Das kann man einfach oben. Außerdem bringen die dann kein Geld mehr. Wenn man... eh aufisst. Das stimmt wohl, ja. So. Okay. Dann... Einen Tintenfisch bitte. Und einen Amethyst bitte. So, jetzt muss ich dann die Emily suchen. Wahrscheinlich ist die noch zuhause oder so. Ja. Ich guck jetzt mal, dass ich in die Stadt fahre und dann... Ich hab mich schon gefragt, wohin fährst du denn? Wo bist du zu meinem Geil? Die wohnt da... Ja, ich würd jetzt bei... Bei Willi vorbeigehen und in den Tintenfisch springen. Und dann suchen, wo die Emily ist. Ah. Ja, ist gut. Wir haben's kapiert. Dass die Köder toll sind. Aber dann kannst du doch auch. Oder kannst du das jetzt nicht? Den Qualitätsköder. Äh, da kann ich doch einfach mal gucken. Ja. Qualitätsbobber. So, jetzt hoffe ich mal, dass der da rein ist. Ah. Äh, hey. Komm rein, fühl dich wie zuhause. Entschuldigung ist er daheim. Ach, das hast du. Ei, das ist gutes Zeugs da. Die Fische sind verrückt danach. Just, eh. Achte darauf, deine Hände gut zu waschen, nachdem die Säfte getaucht hast. Wie viel kostet das? 20? Es ist bekannt, dass das Aroma bis zu 7 Wochen alt, Bursche. Ich seh... 10.000. Ah, okay. Also, hast du viele Fische gefangen? Äh, ja. Oh, ja. Nach meinem Herzen. Fischer kann man immer vertrauen. Hat zumindest mein alter Papi immer gesagt. Nun, weiter so. Wenn du jeden Fisch in diesen Gewässern fangen kannst, wartet ein Sonderpreis auf dich. Was ist los? Ei, nun, das Geschäft war in letzter Zeit hart. Es begann etwa zur gleichen Zeit, als das alte Gemeindezentrum in Schutt und Asche fiel. Meine Fische verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie früher. Ich arbeite doppelt so viel, nur um die Runden zu kommen. Keine Zeit für eigene Projekte. Aber wenn es hier wieder aufwärts geht, habe ich vielleicht die Zeit, dir etwas zu zeigen. Also, das... Hey, 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 jepp. Sie ist dort hinten. Ein alter Freund, der schon bessere Tage gesehen hat. Das heißt, wir kriegen das erst gezeigt, wenn das Gemeinschaftszentrum fertig ist. Fertig ist, ja. Eines Tages, Bursche, wirst du sehen, was ich mach. Das heißt, es bringt nichts, dem andauernd Diamanten zu schenken, was? So, hier. Also, ich muss jetzt einmal um die Theke rumlaufen, okay. Ey, du hast es geschafft! Yeah! Super! Hochbuch aktualisiert! So, du bist nicht Emily. Wir wohnen neben Jodie und so. Neben Jodie und so. Ist da drüben. Ach, warte, warte, das sind aber Würmer. Nein, ich möchte den aber nicht trinken. Nein, ja. Ist das das große oder das kleine Haus? Das ist da. Das ist da. Hier. Da. Oh, mein Lieblingstein! Du bist so süß! Hä? Der ist von wem? Oh, du hast den bei Clint geholt? Naja, egal wo er ist. Er ist wunderschön. Danke dir, Knutsch! Ich glaube, das war nicht ganz das, was Clint haben wollte. Aber egal. Ähm. Warst du jetzt im Gewächshaus? Äh, nein? Wie denn? Ich hab doch gar keine... Na, man kann das ja trotzdem betreten, ne? Ja, aber dann... Unter! Kann dir was über diese Schriftplätze... Ah, das ist eine noch, die wir... Wenn's noch fehlt. Noch ein Buch! Wenn es so weitergeht, haben wir die Bibliothek voll voll. Kriegt man das irgendwann auch gesagt, wenn das voll ist? Ein rostiger Löffel. Den haben wir aber auch schon abgegeben, ja. Was sag mal? All denn hier sind ja lauter Würmer. Alles voll mit Würmer. Eine alte Puppe. Noch ein Buch. Und... Noch eine alte Puppe. Okay. Okay. Hier... Wir haben Rot... Uns fehlt jetzt nur noch die Grüne. Die Grüne? Kann das sein? Ja. Wir haben Blau, Rot und... Es sind immer die Grüne. Die Grüne. Stimmt. Was? 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 Wärmer? Was? Du? Was? Was ist das? habe ich hier noch einen Totem. Einen Stein. Und äh... Ah, ja. Blub und blub. Auff. Ach so, bei der Händlerin war ich da schon. Ich möchte ja eigentlich gar nicht mit dir reden. Du willst... Ah, nee. Jetzt ist er irgendwie verwirrt. Ja, das kommt schon mal vor. Das mal verwirrt ist. Tang. Ah. Ein Fisch. Hier ist es nur eine Sardine. Und... Zwei Koffer 1. Apropos, da könnte ich mal eigentlich mich um... ...Barren kümmern. Ah. Ein Rotbarbe mal wieder. Und gleich die Rhythmqualität. Oh. 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 Ähm... Okay, da haben wir nicht genug. Aber hier haben wir genug. Resultat! wir wollten ja auch ein bisschen ordnung machen ich werde jetzt aber nicht die dinge wenn sachen drin sind ja Ah, ist es Fossil. Aber das kann man, glaube ich, verkaufen. Ja. Weil ich dachte, das haben wir schon. Oder ich denke, dass wir das schon haben. Ja, okay. So viel dazu. Hat sich relativ schnell erledigt gehabt. Ob ich diesen Fisch fange oder nicht. Welcher ist es? Das Dauer, glaube ich. Und wo war das? Ah, das muss man dann wissen, ne? Wo der Unimo rauskommt. Wo man dann Stofftier kriegt, ne? Ah. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Geheimnotiz. Die muss man erst haben, ne? Die muss man dann erst haben. Aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, Geheimnotizen zu finden. Ah. Das ist ja gut. Gut. Ja. 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 Da ist ein paar... Fische. 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 Ja. 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 Heute ist dieser Eis-Eistanz. Eis fischen. Kein Eis. Na egal. Kannst du auf dem Eis bestimmt auch tanzen. Aber... Wollten wir nicht die dann irgendwie mal umsetzen? Dann schmeißt du da wieder Zeugs rein. Ja, Entschuldigung. Ja, nix Entschuldigung. Jetzt reicht's aber. Ja, ist ja gut. Ein neues Küken ist geschläfft. Ah, siehste. Pumi. Soll man die Pumi nennen? Oder willst du einen anderen Namen? Blume. Blume? Ja. Du musst, glaub ich, da rein... Blume. Ja. So? Ja. Ja, es hätte ja sein können mit Doppel-Uhr oder 3 Ms oder sowas. Da ist das Mini. Da ist das Mini. Da. Ja. Das Mini-Schwarze Pumi. Ja. 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 Aus dem Weg, Vögel! Ich hab's eilig. Parling! Belohnung Freundschaft. Ja, kriegt man, wenn das komplette Ding... Ach, 5 Goldbach. Ach, denn noch. Ja, ist ja gut. Also langsam... Ja, ich weiß. Das macht mal gut, ne? Aber die Bäume werden größer, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, ne? Mhm. Fünf Goldbahnen. Wie lange haben wir Zeit, bis wir da auftragen müssen? Wie ist denn, Uwe? Ah, Gunther! Ah, ich komme. Dann sollten wir uns da auf den Weg machen, weißt du? Ja. 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 Ah, nein, nicht mehr. aber ich glaube die macht nur das ist nur für das fest sozusagen ich glaube wir brauchen davon aber nix winter beistellt ist denn auch den von pierre den shop ja den habe ich gerade gesucht aber ich habe ihn noch nicht gefunden also scheiße also noch weiter die global ist eine kunst die von bewohnern der tod rein der gebräufe steht auch hier nee quatsch das ist habe ich das auch aus wie p deswegen ich warte ja auf dich bevor ich mit louis rede bürgermeister der ist hier ach also das jetzt nicht von dem schnee näher was meine art von schneemann soll ich denn machen klassisch manchmal sind die klassiker einfach ungeschlagen hinter ist nicht nur schlecht im schnee zu spielen kann lustig sein ok willkommen so festes eis das heutige highlight ist das eisen wir haben diesen gefrorenen sie vorbereitet und mit fisch gefüllt das ist nicht wissen wenn du zur teil bereit ist bist du bereit ja ich möchte gerne das ist das ist ah ok da könnte es dann sein dass dann gleich jemand klingt du kannst ja vielleicht noch mal genauer gucken ich bin der nächste ach so da stand da stand da ja das haben wir jetzt gerade pause machen das kann ich natürlich und dann hause dann sehen wir uns gleich wieder so ja ich meinte eigentlich da gut nachdem ich jetzt auf der karte gesehen habe dass der noch locker irgendwie anderen stadtteil ist naja dann machen wir doch hier weiter ja ja los ja bei mir ja ich 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 Ah, ja. Hm? Hm? Nee, pass dich einmal nicht auf, weil du irgendwas von mir wolltest. Na komm, noch ein Fisch oder so. Wird auch drin sein, oder? Oh, ich schau rum. Bist du jetzt erschrocken? Nein, bin ich nicht. Okay, nein. Ich bin mal gespannt. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Dieser Geruch. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Caroma mit sechs großen schleimigen Fischen. Hier ist dein Preis. Viel Spaß mit. Damit ist das Fest des Eises verendet. Danke für eure Teilnahme. Lass uns jetzt noch diesen armen Fische freilassen. Okay. Klub. Das ist ja nicht gewonnen, aber trotzdem lustig. Dann gehen wir wieder nach Hause. Oh. Was ist los? Frank. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Das kommt ja zum Glück wieder voll alleine in den Stall. Ja, aber jetzt ihr nicht. Weil es wahrscheinlich noch da unten abhängt. Das kann durchaus sein, ja. Ah, da ist. Hat sich versteckt. Kann ich dem das auch wieder wegnehmen? Äh, gute Frage. Ja, eigentlich schon. Aber mit welcher. Lass du mal anders. Ich weiß nicht. B, X, Y, A. Oder, ah, wahrscheinlich einfach einen neuen Hut aufsetzen. Einfach einen neuen Hut aufsetzen. Einfach einen neuen Hut aufsetzen. Jetzt habe ich weiße Riesenhulen. Und jetzt kann ich mir auch wieder einen Hut aufsetzen. Dann sieht man meine... Die Segelohren nicht. Die Doppelsegelohren. Mir finde das cool, dass man den Hüte aufsetzen kann. Ja, finde ich auch gut. Da. Ja. Machen wir noch einen Tag? Ja, ich denke einen Tag können wir noch machen. Ah, Hofarbeit. Boah, du kannst die Riediomsprung der Bauern. Ja, bei den brauchen wir nicht. Ah, meine Gießkanne ist fertig. Wie ist es? Morgen wird's kalt. Okay. Ähm, ich will jetzt sowieso bei Gunther vorbei. Ah, noch ein Sporn. Ah, noch ein Sporn. Ja. Soll ich dann nochmal bei Manu... äh, Mani vorbei. Ja. Du bist ja sowieso voll. Soll ich mal machen... Ja, ja. Sag ihn, dann ist ja auch Manu. Ähm, Robins Ressourcenrausch. In sechs Tagen 1000 Stück Holz sammeln. Ja, mach. Oder frag, wenn die Knochenstücke finden. Okay, nehmen wir also Robins Ressourcenrausch. Weil da gab's irgendwas cooles. Ich weiß noch nicht mehr was. Das habe ich dir doch irgendwie erzählt, als ich das bei mir gemacht habe. Und dass wir, wenn Robin, wenn das kommt, dass wir das dann nehmen. Hm. Guck mal, okay, also dann gucken wir mal. Ah, es ist Dienstag, ne? Ja, oh. Ich bin auch zu früh. Ach so, die ist ja bei Robic. Ah, toll. Na gut. Außerdem wäre er erst um 9 auf. Gut, also dann gucken wir, dass wir Gunther das Werkzeug verpassen. Und dann... Klin, glaub meine Gießkanne. Stahl Gießkanne. So. Heute hast du ja schon gegossen. Mhm. Gut. Okay, muss man einfach nur sammeln. 1.000 Stück sammeln. Hm. 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 Wir holen jetzt mal wieder. Würdest du zum Aufland Ja, das wird schönes. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 noch eingefallen hast du gleich auf gold und dann mit iridium warten halt bis wir dann ja bis wir genug rhythm haben und so weiter aber ich glaube die gold ist ja schon ziemlich ziemlich proper dann hier dass ich den einer kann ich auf jeden fall noch abholzen von manchen als waldgeister oder juni muss hast du denn ich glaube nicht doch lassen gebäude erscheinen nachdem sie zu saatgut geworden sind ja genau um ja ich habe gesehen dass da unterwegs sind ein stein ich habe einen stein ausgebuddelt hast du schon in der höhle immer um suchen noch irgendwelche würmer der hat aber in sich der fisch das ist bestimmt der sand fisch aber werden es niemals erfahren entscheidend schon Hm. Ah, prähistorischer Schädel. Warte, Gunther möchte den auch haben, okay. Ich lasse Pferd stehen. Ich hätte sie ja mitnehmen können jetzt. Was machst du denn hier, Pferd? Hat dich die Karua einfach zurückgelassen? Brauchst du gar nicht so gucken. Du warst eh nur ein Schädel. Was? Nichts. Du bist gegen das Mikro. Oh, ich bin nicht gegen das Mikro gekommen. Nein, nein. Ich muss das hier erst mal auf. Jetzt habe ich einen Tintenfisch. Schädel und ein bisschen Kleinkram. Ja, ich weiß, ihr wollt schlafen. Das interessiert mich aber nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Dumpf? Gute Nacht. Wow, ich habe eine Rekord her. Was sind denn die anderen jetzt? Hatten wir nicht mehr? Was? Hatten wir nur drei? Ja. Das sieht immer so viel aus. Nein. Oh, die gibt die Kiste. Oder ist es immer so kacke? Oh, das ist immer so kacke. Warum wir den überhaupt? Ich glaube nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ach, ich weiß da auch nicht wohin. Das war wirklich jetzt sehr viel aufgeräumt. Ja, immerhin. So. Und? Ne, hat keiner was von uns noch irgendwie aufgelevelt oder sowas. Gut, gut. Ja, aber da sind wir doch schon wieder um einiges weiter gekommen. Ja. Dem Ausbau unseres Gemeindezentrums steht nun noch weniger im Weg. Ähm, ja. Und dann soll es das zumindest mal für heute gewesen sein. Wir sind, ähm, Montag wieder da für euch. Ähm, morgens du mit, äh, Delicious. Und, äh, nachmittags denke ich, werden wir weiter mit Stardew Valley machen. Ähm, ansonsten, wer noch mehr sehen möchte, darf gerne auf YouTube vorbeischauen. YouTube.com slash CalebGurth. Ähm, da gibt es noch ein Haufen anderes Zeugs. Ähm, einfach mal durchklicken. Da ist bestimmt noch irgendwas dabei, was man sich angucken kann. Ähm, ansonsten, ähm, wir twittern regelmäßig, was, wann und so, äh, wir so streamen. Ähm, auch at CalebGurth. Einfach folgen, dann seid ihr informiert. Ansonsten, würde ich sagen, habt noch einen schönen Rest Freitag. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.